hallo ich bin es wieder vom kanal stromrhein spaß raus vielleicht wollte erst mal euch das video von der hinfahrt anschauen weil das auch ganz interessant weil es erstmal bergauf geht hallo ich wollte euch wieder mal auf einen roadtrip einladen und zwar fahre ich heute von tann in der röhe zurück nach mainhausen und auf dem schaubild müsst ihr quasi von rechts nach links schauen dann fahre ich in tann bei 370 höhenmeter hoch bis auf 560 höhenmeter und dann wieder auf 113 zurück und muss dabei 702 meter nach oben an höhe bewältigen und 1039 meter fahre ich nach unten und diesmal fahre ich nicht nicht mit 110 km h sondern ich fahre mit 130 km h auf der autobahn mal gucken was ich da für den verbrauch habe oder was ich da an zeit gewinne übrigens ganz am schluss vom video zeige ich euch noch ein paar schöne bilder von tann in der röhe ist auf jeden fall eine reise wert hier zeige ich euch mal wann ich losgefahren bin um 15 11 und ich hatte im akku noch 52 prozent drin mal gucken ob das reicht wie gesagt ich will 130 fragen und nicht 110 das ist hier die höchste stelle über die man drüber weg fahren das sind 560 höhenmeter und ab jetzt geht es richtung mainhausen nur noch bergab bis auf 113 höhenmeter hier habe ich mal die energie anzeigen mit eingeblendet da können wir sehen wie viel energie benötigt wird wenn es bergauf geht und bergab wie halt die rekuperation funktioniert das schon wahnsinn und trotzdem habe ich im schnitt nur 20 kilowattstunden und dann geht es hier um so obwohl es die letzte zeit ziemlich bergauf und bergab gegangen ist habe ich auf den letzten zehn kilometer doch nun schnitt von 8,5 kilowattstunden was schon sehr sehr wenig ist und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020